Die Kaninchen sind immer so flauschig. Herzlich willkommen hier in Schackstedt in unserem Bündnis Schackstedter Sträuche. Schackstedt ist eine kleine Gemeinde hier in Sachsen-Anhalt. Das Ziel unseres Bündnisses ist, Natur und Bewegung zu den Kindern und den Familien zu bringen und alle Ressourcen, die es hier in Schackstedt gibt, optimal zu vernetzen. Hallo Farina! Wir als Kita gehen einmal in der Woche in den Schaugarten und die Kinder haben dort die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, die Tiere zu versorgen und einfach rumzuräubern. Ich denke, für die Kinder ist das ganz schön, hier ohne fertiges Spielzeug einfach in der Natur tätig zu sein und etwas zu lernen. Auf dem Ziegenhof ist es für uns schön zu sehen, wie interessiert die Kinder die Umgebung erkunden und wie liebevoll sie sich um die Tiere kümmern. Wir freuen uns total darüber, dass es so eine komplette freie Entfaltung ist. Jeder findet hier so seine Aufgaben und wir brauchen da gar nicht viel machen. Wir stehen einfach da, begleiten und alle freuen sich. Die kleinen Ziegen sind schon ganz schön schwer. Wir freuen uns als Eltern natürlich sehr, dass wir hier in Schackstedt so ein breites Angebot haben und das Bündnis rund um die Kita das auch in Anspruch nimmt. Es ist einfach schön zu sehen, wie jeder sich engagiert und mit Herzblut dabei ist, damit am Ende etwas Schönes für unsere Kinder und die Familien entsteht.